Also, eine Saison mit, ja, ein paar Höhen und ein paar Tiefen, aber das, was glaube ich bei uns allen hängen blieb ist, das sind die schönen Bilder und genau die schauen wir uns jetzt an. Das war's. 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 Ich wünsche Ihnen einen Riesenapplaus für den Spieler des Jahres, unser Start im Anfassung. Ich bin natürlich sehr glücklich, dass ich vor diesen Fans hier spielen darf, weil wir haben eine sehr super gute Stimmung in unserer Halle, in Hannover. Du bist natürlich auch noch Spieler der Saison geworden, wie erklärst du dir das? Weil ich oft in der Empfängkneipe bin. Dieses Spiel habe ich auch nicht mitgespielt, ich hoffe letzt. Ach, deswegen habt ihr verloren. Ja, wahrscheinlich, ich mag so viele Tore. Applaus Zurück WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR